Hallo liebe Fenexity-Freunde, wir befinden uns heute in Mannheim, genauer gesagt in der Mallorstraße 75. Und heute darf ich Ihnen einen Deal vorstellen, an dem wir wirklich schon lange gearbeitet haben. Vor allem ist es eine Premiere, denn es ist unsere erste reine Büroimmobilie. Und das Objekt überzeugt durch einen wirklich sehr attraktiven Kaufpreisfaktor von unter 16, einem kapitalstarken Mieter und langen und indexierten Mietverträgen. Und vor allem wird das Objekt über eine Share-Deal-Struktur erworben. Was das bedeutet und welche besonderen Vorteile das bringt, erfahren Sie am Ende des Videos. Wir befinden uns in der zweiten Etage von insgesamt 4 in der Mallorstraße 75. Das Objekt bietet eine Nutzfläche von insgesamt 1667 Quadratmeter und wurde errichtet im Jahre 1991. Jedoch wurde die Corona-Pause genutzt, um wirklich umfangreiche Renovierungsarbeiten durchzuführen. Unter anderem wurden die Boden neu gefließt, die Bäder wurden neu gemaut, die Außenfassade wurde neu gestrichen. Und Betonwände in den Büroräumen wurden ersetzt durch Glaswände, um wirklich ein lichtdurchflutetes Arbeitsklima zu schaffen. Entsprechend repräsentiert sich das Objekt in einem wirklich optimalen Zustand. Jedoch jedes Investment in eine Büroimmobilie ist nur so gut wie der Mieter. Mieter des Objekts ist die Sales People. Eine Gesellschaft, die vor ungefähr 18 Jahren hier in Mannheim gegründet wurde und in diesem Gebäude ihren Hauptsitz hat. Mit ungefähr 90 Mitarbeitern werden Unternehmen beraten, welche ihren Fokus im IT-Bereich haben. Und hier geht es um die Ausarbeitung von Neukunden und bei der B2B-Beratung. Unter anderem sind Kunden der Sales People Amazon, SAP oder auch Microsoft. Und nun zur Sharedeal-Struktur. Bei der Sharedeal-Struktur kauft man keine Immobilie im klassischen Sinne, sondern Gesellschaftsanteile einer Gesellschaft, welche die Immobilie hält. Das Besondere dabei ist, dass man die Grunderwerbsteuern spart und dadurch deutliche Kostenvorteile hat. In Mannheim betragen diese stolze 5%. Ein Sharedeal. Eine Art in Immobilien zu investieren, wie es sonst Institutionelle und Profis machen und nur noch Sie. Falls Sie weitere Informationen haben wollen, besuchen Sie gerne die Projektseite. Folgen Sie uns auf Social Media und abonnieren Sie unseren Newsletter. Bis bald!